etwas angesäuert aber heute einfach nicht gut das muss man mal klar einfach nicht gut was er macht das ist ein pro hempel spiel das ist ein geschenk wo wir 120 106 rest 86 sind übrig die 151 die kämen jetzt aus dem nichts aber auch sowas muss man peter reinzutrauen 90 rest was hat er wieder für dazen hat das ist mal weiß sagt dass er die 151 mit den anderen wieder machte